Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Jahresbericht Bürgerdienste beim Stadtamt Durlach. Auch hier gibt es hierzu noch Fragen. Herr Pötsche. Sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein herzliches Dank, Dankeschön an die neue Leiterin, man kann es ja fast Superministerium nennen hier, Friedhofsverwaltung, Standesamt, Bürgerbüro und gemeindlicher Vollzugdienst, Frau Steli für ihren Bericht. Ich habe hierzu einige Anmerkungen und auch noch ein paar Fragen. Ich möchte auch beginnen mit dem Bereich der Friedhofsverwaltung. Hier möchte ich ein ausdrückliches Lob und Dankeschön aussprechen. Für das Bemühen und auch die erfolgreiche Bemühung, unsere beiden Friedhöfe in Aue und in Durlach in einem so guten Zustand zu erhalten, dass sie ihrer Funktion als Platz der Erinnerungskultur für die Verstorbenen auch gerecht werden. Auch die erfolgreiche Abarbeitung der Gebäudedefizite und der baulichen Defizite verdient Respekt. Auch jetzt die kurzfristige Aufnahme der Sanierung der Friedhofskapelle am Bergfriedhof noch in den kommenden Haushalt verdient größten Respekt. Und Dankeschön, denn diese Sanierung ist doch deutlich überfällig. Das ist ein sehr wertvolles Gebäude für den Friedhof und da ist es doch dringend notwendig, diese instand zu setzen. Ich komme zu dem Bereich gemeindlicher Vollzugsdienst. Hier hätten wir uns noch ein bisschen gewünscht, dass es etwas ausführliche Berichterstattung gibt, vielleicht auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir diskutieren und reden oft sehr oft über die Situation der Fehlparker, Falschparker, Verkehrssituation in Durlach gesamt und in der Altstadt. Da denken wir, wäre es auch mal ganz gut, von diesem Bereich ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten zu erhalten. Thema Standesamt, sehr erfreulich, dass die Zahlen in Durlach weiterhin hoch sind, dass Durlach als Trauort weiterhin sehr interessant und für Brautpaare von Interesse ist. Ich finde auch immer, diese Brautpaare und die Hochzeitsgäste tragen immer sehr stark zur Belebung der Durlacher Innenstadt bei. Wenn man so die Brautpaare sieht, das ist immer ein sehr netter Anblick und ich denke auch für den Handel und für die Gastronomie ist es doch ein sicherlich wertvolles Instrument, um hier entsprechende Umsätze zu generieren und natürlich Durlach auch bei Gästen von nah und fern bekannt zu machen. Im Bereich der Bürgerdienste komme ich jetzt zu einem Punkt und da möchte ich gleich voranschieben. Es ist keine Kritik jetzt an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier jetzt im Stadtamt oder im Bürgerservice, aber wir haben hier eine Situation, die ist auch allgemein bekannt, die trifft auch für Gesamt Karlsruhe zu und es ist einfach die unerquickliche Situation der Terminvergaben. Und da kommen wir noch zu einem Punkt, der vielleicht, und da bitten wir dann auch um ein bisschen Aufklärung der verschiedenen Handhabung der Terminvergaben. Während man jetzt in anderen Stadtteilen oder in Karlsruhe eher auch langfristige Termine noch bekommt, ist es in Durlach teilweise so, dass man keine Termine angeboten bekommt oder recht spontan, kurzfristig. Das ist für viele Bürger und Bürgerinnen nicht ganz nachvollziehbar, warum das bei uns so ist und wir, die wir da angesprochen werden, haben jetzt auch nicht unbedingt die Erklärung dafür parat und da wäre es von unserer Seite aus auch von Interesse hier Stellungnahme zu bekommen, warum man in Durlach die Vorgehensweise gewählt hat, wie sie hier angewendet wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Zahlen, Daten, Fakten, gemeindlicher Vollzugsdienst liefern wir gerne was nach. Das ist sicher für alle interessant. Thema Bürgerbüro. Ist für uns schon, nicht seit Monaten, sondern jetzt kann man schon sagen, seit sicher zwei Jahren, ein Thema, dass es immer schwieriger wird, Termine zu bekommen. Und es macht uns auch große Sorge und da sind wir auch extrem unzufrieden. Ich will es aber insofern erläutern, das ist kein Problem der Durlacher Bürgerbüros, das ist ein gesamtstädtisches Problem. Wir haben zu wenig Personal, zu wenig offene Schalter, um eben alle Anliegen zeitnah bearbeiten zu können. Wenn wir mehr Schalter offen hätten, könnten wir mehr Termine anbieten. So können wir eben nur die Termine anbieten, für die eben auch Personal und Schalter da sind. Das ist, denke ich, brauche ich niemanden erklären, das ist ein ganz normaler Vorgang. Wie lange so ein Termin zu dauern hat, was dann mittlere Bearbeitungszeiten sind, wie die Terminvergabe ist, die sind stadtweit einheitlich geregelt. Da gibt es mittlere Bearbeitungszeiten, darf aber dazu sagen, dass wir in Anbetracht der Situation, die sogar in Durlach noch gegenüber den anderen teilweise reduziert haben, um noch mehr Termine anbieten zu können. Man kann, wir haben uns damals entschlossen, auch in das Online-Terminvergabe mit einzusteigen, als, will ich mal sagen, mittelgroßes Bürgerbüro. Das heißt, dass wir auch den Service anbieten, wie das die Kaiserallee 8 macht und das Bürgerbüro in Haxfeld und auch in diese Terminsoftware und die Terminvergabe mit einzusteigen. Dafür hat sich auch Neureuth dazu entschlossen, da hatte sich auch Krötzingen dazu entschlossen. Nur die ganz Kleinen hatten sich dazu nicht entschlossen. Da gab es viele Gründe, ich kann das auch durchaus nochmal ausführen. Es war, wenn man sich erinnert, dann auch damals auch eine sehr, sehr große Unzufriedenheit, dass man stundenlang wattete und dann vielleicht nicht mehr drankam oder schon morgens ins Bürgerbüro gegangen ist und um neun schon keinen Zettel mehr abbekommen hat. Und das waren alles Gründe, dass man in die Terminvergabe übergegangen ist. Dem Grunde nach auch ein total richtiger Schritt. Nur, wenn ich das tue, dann muss ich eben auch genügend Termine anbieten können, stadtweit. Wenn wir allerdings die Online-Terminvergabe machen und auch über die 115 in Durlach Termine gebucht werden können und wir nicht nur Termine für uns selbst vergeben, uns wir also öffnen als Durlach, dann kommt es zu einer Situation, dass viele, die nicht aus Durlach sind, sich hier einen Termin ergattern, weil es eben jemand egal ist, ob er durch die Stadt fährt. Und die aktuelle Situation, ich habe sie mir heute nochmal geben lassen, 70% der Kunden im Durlacher Bürgerbüro sind Kunden aus der Kernstadt und nicht aus Durlach. Das heißt, und das ist eine große Unzufriedenheit, ich verstehe die völlig, dass nur 30% der Termine wirklich für die Durlacher und Auma zur Verfügung stehen. Und das erklärt alles. Jetzt kommt es noch dazu, es kann ja viel mehr auch schriftlich jetzt gemacht werden in Pandemiezeiten, wir haben uns da ja geöffnet, dass die Backoffice-Arbeiten dadurch auch zugenommen haben, das ist auch wichtig, das ist auch richtig, so soll es ja auch sein. Und was ich heute auch erfahren habe, wir kriegen jetzt auch die schriftlichen Anfragen in großem Maße aus ganz Karlsruhe, weil unsere Bearbeitungszeiten im Vergleich noch bei eineinhalb Wochen liegen, was immer noch weit unter manchem anderen Schnitt liegt. Jetzt machen wir uns schon lange Zeit Gedanken, was können wir tun. Wir selber in dem ganzen Verbund Bürgerbüro, Bürgerservice Karlsruhe, sind natürlich nur ein vergleichsweise kleines Rädchen. Wir könnten drei Schalter mehr machen, ja, dann hätten wir noch ein paar Termine mehr. Das ist zu lösen über eine höhere Anzahl offener Schalter im gesamtstädtischen Bereich. Wenn die K8 nur die Hälfte ihrer Schalter besetzt hat, dann fehlt da eine unglaubliche Kapazität. Wir könnten auch, aber das hat sich auch in diesem Gremium, wir haben uns dagegen entschieden, wir könnten konsequent sagen, wir bedienen im Durlacher Rathaus nur noch Durlacher und Auma und gehen aus der Online-Terminvergabe raus, lassen auch die 115 nicht mehr einbuchen für ganz Karlsruhe, also separieren uns zu einem gewissen Grad. Dann müssten wir vielleicht ein bisschen mehr Personal einsetzen für unsere eigene Telefonnummer. Dazu kann ich sagen, da sitzt eine Person, die nur für die Terminvergabe Bürgerbüro ist. Die Telefonleitungen reißen teilweise sogar schon ab und es gibt eine unglaubliche Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, die da nicht durchkommen. Also wir müssten vermutlich zwei bis drei Leute in eine Hotline setzen, eine eigene 115 machen, um dann und dann zu separieren, die Anrufenden zu fragen, wohnen Sie in Durlach oder Aue? Dann kriegen Sie einen Termin im Durlacher Bürgerbüro. Dann könnten wir zu 100 Prozent die Terminvergabe für die Durlacher und Auma machen. Da haben wir uns hier dagegen entschieden. Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, dass wir insgesamt mehr Kapazitäten kriegen oder die Wartezeiten werden länger. Warum kann ich jetzt teilweise in Karlsruhe in der K8 auch noch einen Termin kriegen in acht Wochen? Das ist seit kurzem umgestellt. Das ist noch nicht so lang, dass man in Karlsruhe in der K8 auch über acht Wochen Termine vorvergibt. Wir sind noch bei vier Wochen. Da kann man sicher drüber reden, das auch auf acht Wochen hochzusetzen. Wir sind noch bei vier Wochen, weil es ein ganz klares Bild gibt. Je länger die Terminvergabe im Vorlauf ist, desto weniger, geringer ist die Termintreue und desto mehr Luftzeiten produzieren wir, wo dann jemand zum Termin nicht kommt, weil er jetzt einen Termin in acht Wochen hat und dann kriegt er vielleicht doch noch einen in Haxfeld zum Beispiel in vier Wochen, dann nimmt er den wahr und sagt vielleicht nicht ab. Das heißt, die Lehrlaufzeiten erhöhen sich. Das ist immer eine Abwägung, wie wir damit umgehen. Wir machen uns tagtäglich darüber Gedanken, kann man sicherlich ausprobieren. Ein Tipp, den man ja fast in der Öffentlichkeit aber gar nicht sagen darf. Warum kann man dann als mal kurzfristig noch einen Termin kriegen? Weil wir jeden Morgen um acht noch mal eine Linie freischalten, wenn morgens klar ist, dass alle Mitarbeiter da sind. Und das ist dann sozusagen der Notfallschalter, wo man dann auch noch am gleichen Tag einen Termin kriegt. Was allerdings natürlich nicht geht, weil es sind ja alle eingebunden. Das heißt, ich muss immer natürlich auch damit rechnen, dass mal jemand ausfällt, dass mal jemand krank ist und dann hätte ich den ganzen Tag mit Terminen vollgebucht, schon längerfristigen Termin, wartet einer vier Wochen auf seinen Termin, kommt dann aufs Rathaus und man sagt zu ihm, Ätschebetsch, das klappt heute nicht, die Kollegin ist krank. Deswegen halten wir diese eine Schlange bis am Tag, am gleichen Tag vor und Punkt, morgens wird es dann, wenn alles komplett ist, wird dann auch dieser Terminal freigeschaltet und man kann dann kurzfristig Termine kriegen. Dafür sind allerdings, muss ich sagen, unsere Kundschaft ist da sehr dankbar. Das sind nämlich auch schon viele Notfälle gelöst worden. Das vielleicht von meiner Seite dazu. Wir sind überhaupt nicht glücklich mit dieser Situation und ich bin um jede Unterstützung dankbar. Ich glaube, aus meinen Worten ist aber auch klar herausgekommen, dass es ein gesamtstädtisches Thema ist. Wir sprechen auch viel Ortsvorsteher untereinander und auch mit der Leitung Ordnungsamt, auch mit den Dezernenten. Bisher haben wir da noch keinen Lösungsansatz bekommen. Ist es für dich soweit? Okay. Herr Dr. Noe. Ja, vielen Dank für den vorgelegten schriftlichen Bericht und auch für die mündlichen Ausführungen der Ortsvorsteherin. Ich habe nur vielleicht noch einen Aspekt, den wir vielleicht noch kurz beleuchten könnten. Und das ist das Thema Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen. Ich weiß, dass wir hier in Durlach immer ganz vorne dabei waren, neue Sachen auszuprobieren. Nicht umsonst haben wir hier jetzt auch die Videoübertragung der Sitzung. Und ich weiß, dass das Stadtamt hier immer ganz vorne dabei ist. Und in allen Bereichen der Gesellschaft sehen wir, dass die Digitalisierung einen Schub bekommen hat. Nur ich habe das Gefühl, in der Verwaltung bei diesen Sachen leider nicht. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Gruppen, dass wir da vorankommen? Das war bisher immer super. Ich kann mich nur erinnern, es gab ein digitales Bürgerbürochen im Rathaus, was irgendwie glitzernd war, was aber eigentlich gar nichts abgeworfen hat. Ich kann mich erinnern an Sonntagsreden bei der Eröffnung im Bürgerbüro Ost, wo gesagt worden ist, Digitalisierung ist ein ganz fester Pfeiler. Was ist daraus geworden? Ich bin mir sicher, da geht es in Durlach voran. Da kann ich durchaus im Namen der Stadt Karlsruhe sagen, dort, wo es möglich ist, wird es umgesetzt und wird auch sehr schnell umgesetzt. Da sind wir eher an Landesgesetzgebung, an gesetzliche Vorgaben gebunden. Aber dort, wo es möglich ist, wird es umgesetzt. Und wir sind teilweise auch schon so weit gegangen, dass man, ich sage mal, auch so Grauzonen ist man schon auch entweder in digitale Form oder in Papierform gegangen. Also da wird, glaube ich, alles versucht, was geht. Wir persönlich, und das ist ja auch völlig richtig, wir können in Durlach da aber keine eigenen Digitalisierungsschritte gehen, weil wir hängen natürlich im gesamten Netzbetrieb der Stadt Karlsruhe und auch bei den entsprechenden Dienstleistern, da wäre ein eigener Weg, auch sich an die Ziel führen. Allerdings, wir gehen einen neuen Weg und sind insofern auch in dem Bereich Pilotamt. Deswegen ist gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Ich glaube, am morgigen Tag wird im Foyer der Karlsburg ein Ausweisausgabeterminal aufgestellt. Und das sind wir jetzt die Ersten, die das machen. Wir haben da 22 Fächer und ersparen dadurch bei der 22 Termine auf dem Bürgerbüro, um die Ausweise abzuholen, weil sie dort eben natürlich auch mit App oder QR-Code oder was immer das geht, dann der Bürger, und zwar morgens schon von 8 Uhr bis, die Karlsburg ist ja häufig auch bis 22 Uhr offen, dann seine Dokumente abholen kann. Also den Weg, wir sehen, wir versuchen alles, um die Termine sinnvoll zu nutzen. Aber das sind ja ganz tolle Nachrichten, vielen Dank. Er wird morgen aufgestellt, ist aber noch nicht in Betrieb, da sind wir wieder abhängig von der IT, aber der Herr Rössler ist mit Volldampf dran. Frau Dr. Klinger. Zwei Dinge, nur noch eine kurze Nachfrage. Vielleicht hatte ich das auch nicht richtig mitgekriegt. Sind so wenig Schalter besetzt, weil die Stellen fehlen oder sind so wenig Schalter besetzt, weil die Stellen nicht besetzt sind? Wenn ja, warum sind die Stellen nicht besetzt? Das Zweite, Sie hatten auf der einen Seite gesagt, es gibt mehr Back-Office-Arbeit als vorher und wenn wir dann Termine vergeben und die Leute kommen nicht, dann haben wir Leerlaufzeiten. Die kann man ja eigentlich für die Back-Office-Arbeit nutzen, theoretisch. Ja, aber das sind dann immer fünf oder zehn Minuten. Wir reden hier über Situationen, da sitzt keiner mehr eine halbe Stunde. Ich glaube, die größte mittlere Bearbeitungszeit ist eine Viertelstunde. Normalerweise sind es fünf Minuten Termine und zehn Minuten Termine. Und jetzt, es kommt einer nicht, dann wartet man eh noch die fünf Minuten, dann sind sie aber rum. Also klar, klar wird es dann gemacht und versucht. Und die kämpfen dann schon, aber die Lösung des Problems ist es natürlich nicht. Was war die erste Frage nochmal? Die Stellen. Beides, es ist beides. Für uns kann ich reden, wir haben jetzt alle Stellen besetzt, bis auf eine Krankheitsvertretung. Wir haben Stellen, haben die Stellen besetzt, also wir bräuchten de facto mehr Stellen. Teilweise ist es aber auch so, dass die Stellen da sind und nicht besetzt sind. In Karlsruhe, aber das kann situationsbedingt bei uns natürlich auch immer wieder vorkommen. Jetzt in Corona-Zeiten, klar, jemand in der Schwangerschaft darf er nicht in den Publikumsverkehr, muss er in ein Homeoffice, gut, dann kriegt er aber Backoffice-Arbeiten zu Hause, ist auch wieder klar. Dann wechselt jemand, dann muss man sich auch vorstellen, das ist ja keine Arbeit, wo sie draußen von, jetzt sage ich mal, von der Stange Personal einkaufen können. Die müssen ja eingelernt werden. Das heißt, die brauchen sicherlich drei, vier Monate, bis sie die ganzen Dienstleistungen, das auch alles richtig, richtig abwickeln. Da ist wieder Karenzzeit. Dann müssen sie die Auswahl verfahren. Es sind auch nicht unbedingt die beliebtesten Jobs mit dem Publikumverkehr. Also, dass da durchaus auch ein gewisser Wechsel stattfindet. Krankheitsfälle, ich sage mal, der ganz normale Wahnsinn. Es ist beides. Bei uns fährt jetzt aktuell mehr Stellen, aber auch woanders einfach, dass die Stellen nicht mehr immer in der Qualität besetzt werden können. Frau Frey. Ja, herzlichen Dank. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion im Sommer 2019, die wir zum gleichen Thema hier im Ortschaftsrat hatten. Und da war auch schon das gleiche Problem. Da war auch schon die Diskussion, ob es Termine für Durlacher geben soll, die Schwierigkeiten haben, in dem Rathaus direkt vor Ort einen Termin zu bekommen. Ich möchte noch mal den Vorschlag machen, den ich auch damals gemacht habe. Aber die Mittel für die nicht besetzten Stellen in der Stadt für Durlach zu beantragen und in Durlach Leute einzustellen. Weil ich merke, dass wir in Durlach im Stadtamt, im Bürgerbüro eine sehr, sehr hohe Servicequalität haben. Das merke ich jedes Mal, wenn ich da bin. Wir haben superfreundliche Mitarbeiter, die ihre Arbeit ganz hervorragend machen, die auch ihre Termine im Griff haben. Und was ja auch für sich spricht, wie Sie schon gesagt haben, dass die Bearbeitungszeiten auch schon verkürzt werden konnten. Und trotzdem fühlt man sich als Bürger sehr, sehr gut aufgehoben da. Ich denke, dass die Stadt insgesamt davon profitieren könnte, wenn weitere Stellen in Durlach besetzt werden können, wenn es schon die anderen Bürgerbüros in den anderen Stadtteilen nicht schaffen. Das scheint von 2019 bis jetzt Ende 2021 ein durchgehendes Problem gewesen zu sein, dass Stellen dauerhaft nicht besetzt sind. Und an der Stelle halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, hier die Mittel von den dauerhaft nicht besetzten Stellen zu beantragen. Es muss möglich sein, das innerhalb der Stadt umzubuchen und in Durlach zu besetzen. Das war nicht möglich. Das ist nämlich selbstverständlich getan worden. So ein ähnlicher Vorschlag. Wir haben vorgeschlagen, dass man vielleicht mal erst über Bedarf einstellen darf, weil ja eh immer irgendwo genug Stellen da sind. Es ist abschlägig beschieden worden. Und es ist auch damit nichts anderem zu rechnen. Wir kennen die Haushaltssituation der Stadt Karlsruhe. Es wird ein Nullstellenwachstum geben, bis auf ganz, ganz wenige Bereiche. Im Sozialbereich und im Klimaschutz. Und ansonsten, wir sind derzeit noch nicht mal befugt, Stellen zu beantragen. Ich will vielleicht noch eins zum Service sagen. Wenn dann tatsächlich jemand, der 30% Durlacher hat, die einen Termin ergattern. Offensichtlich sind da die Karlsruher Fixer bei 70%, egal. Wenn denn mal jemand einen Termin ergattert hat, dann beträgt derzeit die durchschnittliche Wartezeit drei Minuten. Also das heißt, rein, man kommt ran und man kann wieder raus. Also der Service stimmt offensichtlich. Ganz aktuelle Zahl auch. So, ich habe dann keine weiteren Wortmeldungen mehr. Gerne, wenn jemand eine gute Idee hat, bitte, das ist uns auch ein Anliegen, dass wir da Veränderungen schaffen. So. So. Vielen Dank.